So, herzlich willkommen zu einem kleinen Anleitungsvideo. Es soll um Objekte innerhalb eines Dokuments gehen, die als Bereich bezeichnet werden. Bereiche im Microsoft Office bzw. Microsoft Word bezeichnet man sie als Abschnitte. Innerhalb eines Dokuments zu definieren ist relativ einfach. Dazu lege ich mir allerdings zunächst einen kleinen Text in das Dokument. Das mache ich mithilfe des Textbausteins Blindtext, Abkürzung BT, gefolgt von der Taste F3. Hier füge ich jetzt einen Absatz ein und dann möchte ich jetzt hier zwischen den Absätzen einen Bereich einfügen. Dazu gehe ich über das Menü Einfügen, Bereich. Hier kann ich dem Bereich einen Namen geben. Testbereich. Hier kann ich verschiedene Eigenschaften einfügen, die aber fortgeschritten im Arbeiten vorbehalten sind. Ich kann den Bereich hier mehrspaltig gestalten. Ich kann natürlich den Abstand zwischen den Bereichen hier auch festlegen mit 0,5. Automatische Breite bedeutet, dass jetzt die Spaltenbreiten entsprechend angepasst werden. Wenn ich das nicht haben will, könnte ich jede Spaltenbreite und auch die Abstände sehr individuell hier vorgeben. Auch das gilt es natürlich einmal auszuprobieren. Wichtig ist noch dieses Häkchen. Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, wird der Inhalt des Bereichs gleichmäßig über die Spalten verteilt. Das heißt, der Text fließt so durch die Spalten, dass die also ungefähr gleich groß sind oder gleich weit gefüllt werden. Ich kann natürlich noch eine Trennlinie festlegen zwischen den Spalten. Das möchte ich jetzt nicht. Einzüge zeige ich nachher. Ich füge jetzt zunächst mal den Bereich ein. Das sieht also so aus. Wir sehen, den leeren Absatz hätte es gar nicht gebraucht. Hier füge ich jetzt ebenfalls wieder Blindtext mal schnell ein, damit wir das besser sehen. Und da lässt sich schon erkennen, dass der Text, der hier eingefügt wird, also gleichmäßig durch alle Spalten fließt. Will ich jetzt im Nachhinein den Bereich noch gestalten, kann ich das über das Formatmenü. Leider nicht über das Kontextmenü hier taucht das Objektbereich nicht auf, wenn es Bereiche im Dokument gibt. Hier haben wir unseren Testbereich und über den Menüpunkt Optionen können wir jetzt entsprechende Änderungen vornehmen. Ich mache das Ganze jetzt mal zweispaltig. Okay, dann sieht es also so aus. Rechte Maustaste, Bereich geht nicht, hat man gesagt. Über Format, Bereiche, Optionen könnte ich jetzt weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel könnte ich also vor dem Bereich einen halben Zentimeter Platz lassen wollen. Und nach dem Bereich einen Zentimeter. Okay, dann würde das also so aussehen, dass hier rechts und links von dem Bereich entsprechend eingezogen wird. Weitere Eigenschaften zum Bereich könnten also auch die Einstellung des Hintergrundes sein. Wobei hier natürlich auch ein Wasserzeichen möglich wäre, durch eine sehr helle Grafik, die man in den Hintergrund legt. Entsprechende Fußnoten, das ist aber wieder fortgeschritten in Arbeit. Okay, jetzt haben wir also einen farbigen Bereich. Das ist natürlich interessant, wenn ich also jetzt den Bereich einspaltig einstelle, dass dann der Bereich sich praktisch vom linken zum rechten Rand des Dokuments erstreckt. Was ist jetzt hier passiert? Ich hätte normalerweise, ah jetzt, nicht passieren sollen. Ich habe einfach hier oben auf die Entferntaste gedrückt und dann STRG-Z. Dann sehen wir, dass also hier links und rechts vom Bereich der Einzug sich auf die Absätze auswirkt. Ich kann ja hier nochmal einen Absatz einfügen, das bleibt also dabei. Auch interessant, wenn ich den Bereich lösche, bleibt der Bereichsinhalt natürlich erhalten. Manchmal übernimmt man Dokumente, Inhalte von Dokumenten aus anderen Dokumenten, dann möchte man das nicht, dass die hier im Bereich gegliedert sind. Für den Fall, Entschuldigung bitte, für den Fall kann ich einen Bereich hier auswählen. Einfach Entfernen, OK und dann sehen wir, dass der Inhalt des Bereiches erhalten geblieben ist. Allerdings das Bereichsobjekt, in das er eingefasst war, jetzt hier gelöscht wurde. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Oft haben mich Bereiche gestört, insbesondere wenn ich Texte aus Webseiten übernommen habe. Die habe ich dann einfach in der zuletzt gezeigten Art und Weise entfernt und erhalte dann einen sehr schönen durchgängigen Text, mit dem ich weiter arbeiten kann. Ah ja, ich hatte es noch markiert, ich wollte eigentlich nur hier den Absatz entfernen. Ich hätte natürlich die Markierung erst aufheben müssen, dann kann ich mit der Entferntaste auch den Absatz entfernen. Übrigens zum Thema Layout noch ganz kurz. Wir sehen also hier keine Abstände zwischen den Absätzen. Das ist sehr unschön. Das ist eine Einstellung der Vorlage Standard. Wenn wir den gesamten Text mit STRG A markieren und anstelle der Standard-Textvorlage die Textkörpervorlage nehmen, erhalten wir immer einen schon standardmäßig, also von vornherein wesentlich besser strukturierten Text, bei dem auch ein kleiner Abstand zwischen den Absätzen vorgesehen ist und auch die Zeilenabstände etwas größer sind. Das sind aber Eigenschaften von Absätzen. Rechte Maustaste Absatzeigenschaften. Das kann man natürlich entsprechend hier einstellen. Der proportionale Zeilenabstand, wenn er stört, kann auch auf einfach gesetzt werden. Dann sehen wir, sind die Zeilen wieder etwas zusammengerückt und der Abstand zu dem nächsten Absatz ist hier eingestellt. Auch hier kann er auf, wie wir sehen, Zehntelmillimeter genau vorgegeben werden und bedarf also nicht eines leeren Absatzes, wie das häufig zu sehen ist. Das noch ein kleiner Nachtrag. Das eigentliche Thema Bereiche ist also hier, denke ich, hinreichend besprochen und ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.